Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Unturned. So, wir sind hier letztens gelandet in dieser Stadt hinterhalb der Militärbase. Ich werde nur noch ganz kurz hier in den Turm gucken, ob wir noch ein bisschen Militärmunition finden können. Und dann werde ich mich auch sofort hier wieder... Was ist das denn? Die habe ich ja noch nie gesehen. Hm. Aha. Okay, die Waffe ist laut. Ich habe es verstanden. Okay, erstmal Blödsinn machen. So. Damit die auch leer ist. Haben wir noch irgendwelche... Nö. Okay, wir haben keine Munition mehr. Prima. So, ab zur Militärbase. Und danach... Wow. Und dann ist mir doch jetzt nicht wirklich Nacht, oder? Ich dachte, es ist 7 Uhr morgen. Oh, nö. 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 Jetzt habe ich gedacht, ich habe es gut getimt und dann wird es doch Nacht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Wie ist ja auf der Straße fahren, wenn man auch so fahren kann. BAM! Perfekt eingepackt. Ja, es wird Nacht. Tut mir leid. Ich dachte, es wird Tag. Ach, komm schon! Was soll das denn? So. Rack brauchen wir nicht. Bandage nehme ich mit. Sonst liegt hier eh nichts. Nichts. Nichts liegt rum. Ich bin jetzt sogar schon zu blöd zum Treffen. Cool. So. Und nach dieser Folge werde ich dann, obwohl ich das jetzt schon jede Folge ankündige, mit dem Basebau weitermachen. Und zwar werden wir uns noch eine Garage und so eine Art Gartenhaus bauen. Fragety Frag. Zoom Scope nehme ich mit. Cool. Aber ich bekomme keine XP dafür. Alter. Alter, ist das geil. Ich habe es gar nicht gemerkt. Okay. Mal so ein bisschen rumprobieren, was hier alles so geht. Okay. Mal so ein bisschen rumprobieren, was hier alles so geht. Okay, das geht gleich in die Luft. Ich weiß nicht. So. Ruhe. Sonst haben wir hier nicht viel. Barrett. Oh, ein 12-fach Scope. Das muss ich ja fast mitnehmen. Natürlich. Er trifft mich auch noch. Klar. Why not? Okay. Treff mich ruhig. Mann, Mann, Mann. Militäry Bullets. Sechsfach Zoom Scope. Brauche ich nicht noch eins. So. Up. Zeit läuft. Ich muss nach dem Militär-Best auch wieder nach Hause. Barbed Wire. Wieso auch immer das Zombies dabei haben. Ich habe keine Ahnung. Worklight. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt Platzverschwendung. Nehme ich jetzt nicht mit. Ach, was soll's. Ich nehme das Teil jetzt mit. Mir egal. Ist mir egal. Ach, dieses Lied. Hier liegen irgendwie nur Scopes rum. Ich hätte gerne eine Waffe. Eine neue Waffe vielleicht, die wir noch nicht gefunden haben. Du kriegst mich nicht. Ne, ne, du. So, und dann heißt's ab durch die Mitte und nach Hause. Ich weiß nur noch nicht, was ich jetzt dann... ...mit was ich jetzt dann am besten anfangen soll. Am Botaniker würde ich jetzt... ...vorbeikommen. Okay, so wird das definitiv nix. Deshalb muss ich halt... ...aussteigen. Hilft dir auch nix. Bandage, Bandage, Antibiotics, Bandage. Die helfen doch gegen Verkiftung, oder? Ja, gut. Passt. Morphine nehme ich mit. Und ab durch die Mitte. Ja, langsam reizen wir die Möglichkeit ein bisschen aus, die derzeit mit dem Spiel möglich sind. Ich werde jetzt... ...das noch machen, was ich eh schon angekündigt habe. Mit dem Bauen, und dann... ...denk ich mal, werde ich das Projekt beenden. Beziehungsweise auf Eis legen, bis die neue Map dann kommt. Hier ist echt kein Dünger. Hier ist es ja wahnsinnig. Dann können wir das Gartenhäuschen eh nicht bauen. Hm. Ist natürlich scheiße jetzt. Hm. 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 Das war jetzt weniger gut. Aber egal. Wir haben Bandagen ohne Ende. Wir schaffen das. Wir könnten hier von der Horde von Zombies angegriffen werden, ohne dass uns irgendetwas fehlt. Ich mein, erstens sind die Stroh dumm und zweitens, äh, wenn du einmal so weit gekommen bist wie ich jetzt, das ist voll ausgeskillt, gute Nahkampfwaffe, gute Fernkampfwaffe, da kommen die Zombies nicht mehr an dich ran. Ich guck jetzt nur noch in den Turm, weil da kann's ja auch Waffen geben. Vielleicht finden wir mal eine gute Zivilwaffe. So. Das wär's ja mal. So, ihr haltet mal alle die Schnauze. Zwift-Magazin. Ne Uzi. Ach, zum Verballern reicht's. Zum Verballern reicht's. So, zack. Das nehmen wir mit und den Generator hätte ich noch gern. Okay, die Waffe hat so einen enormen Rückstoß, da kannst du einfach mal gar nichts reißen mit. Und ich mein, ich hab jetzt voll geskillt, äh, die Rückstoß-Scheiße. Und ich hab trotzdem noch so viel Rückstoß, das ist nicht normal. Aber es macht Spaß so rum zu ballern, muss ich ja schon sagen. Einzelschuss, wird überbewertet. Wir ballern hier so rum. Wenn ich da mal gucken, wie es mit meiner Zeit-Einteilung geschaffen ist. Ob ich jetzt wirklich pünktlich zur nächsten Folge zurück schaffe. Oh. Muss ich die hier wieder da lassen. Nehme ich mir so ein Benzinkanister mit. So. Macht gar nichts, ist dem Auto scheißegal. Einfach wie wild durch die Gegend fahren. Ist auch mal geil. Muss ich ja schon sagen. Gefällt mir. Gefällt mir riesig. So. Und jetzt ab nach Hause. Und dann was Sinnvolles machen. Vielleicht. Ja, vielleicht ganz gut so. Sachen sortieren und für die Bauphase aufrüsten. Wäre ja an sich mal schon ganz geil. Okay, dann gucken wir mal. Erstmal mache ich das hier. Und dann geht's hier ab nach drinnen. Wo die Generatoren ja eh noch laufen. So, dann packe ich mir in... Äh... Ähm... Mhm. Ja, toll. Dann packe ich mir in die Kiste hier mal das Zeug rein. Das passt schon. Dann crafte ich mir das Natodrum voll. Eigentlich ist es ja Verschwendung, weil... Wenn ich mir vier einzelne machen würde, wäre das glaube ich... Ne, da muss ich ja zwei reinpacken. Ne, dann ist es besser. Dann ist es besser. Dann ist es besser. Ich nehme es zurück. Ich kann nicht rechnen. Das müsstet ihr mittlerweile schon wissen. Und das Dressing nicht vergessen. Auch beim Salat ganz wichtig. Nie das Dressing vergessen. So. So. Haben wir noch irgendwo Platz frei. Hier. Das Zeug brauche ich jetzt sowieso. Denke ich mal... Da packen wir dann das Zeug hier rein. Dann haben wir zumindest Platz... Äh... Umzubauen. So. Dann brauche ich noch mein Werkzeug. Und dann sind wir eigentlich schon ausgerüstet. Dann warte ich jetzt auf den... nächsten Tag. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in der Bauphase. Auch wenn es wahrscheinlich die letzten Folgen sein werden. dann wieder. Und... Bis zum nächsten Mal.